Magic! Hey Swisscom! Fernseher einschalten! Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr habt ganz neue Möglichkeiten mit der neuen Swisscom Box. Ihr könnt uns zu Hause jetzt mit eurer Stimme steuern. Das ist der Voice Assistant. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ihr wollt den Sender wechseln. Hey Swisscom! Geht zu SRF 1. So einfach. Oder ihr wollt leiser machen. Hey Swisscom! Mach leiser! Voilà! Ihr wollt Filme mit eurem Lieblings-Schauspieler. Hey Swisscom! Zeig mir Filme mit Harrison Ford. Und schon bekommt ihr alles zum Harrison Ford. Alle Filme und weitere Informationen. Jetzt müsst ihr schauen. Einen habe ich noch. Hey Swisscom! Schaltgerät Lampe ein. Auch das geht. Der Voice Assistant. Ein extrem cooles Feature. Und ihr entscheidet, wenn ihr ihn braucht und wenn nicht. Wenn ihr die neue Swisscom Box bekommt, ist der Voice Assistant respektive das Mikrofon standardmässig ausgeschaltet. Das Mikrofon ist dann physisch getrennt vom Rest der Elektronik. Wenn das LED rot leuchtet, heisst das, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist. Wenn ihr den Voice Assistant brauchen wollt, müsst ihr einfach das Mikrofon an der Swisscom Box einschalten. Probiert es mal aus. Es macht Freude. Ich bin Marcel, der René bei Swisscom Academy. Und wünsche euch viel Spass. immer.